Wir sind die Supergirls! Wir freuen uns hier beim Jugendtrainiert-Grundschul-Werbbewerb hier zu sein, weil es halt Sport ist und Spaß macht. Dritter oder Zweiter wollten wir werden und dann sind wir auch Dritter geworden. Die hatten, glaube ich, alle ganz viel Spaß, waren ganz doll aufgeregt. Die Wettkämpfe haben sie alle super absolviert. Also die Kinder lernen dabei, Zusammenhalt in der Gruppe zu arbeiten, als Team zu arbeiten. Sie lernen auch ein bisschen Rhythmusschulung, ganz viel mit Bällen, unterschiedliche Sachen, Koordinationsmöglichkeiten hatten sie. Wir haben so einen Rhythmus gemacht mit so Bällen und so Klatschen und Ausstanken. Und das hat uns auch sehr Spaß gemacht. Spaß! Es ist einfach toll! Warum ist es toll, dass Jugendtrainiert sowas macht? Wir mussten uns die Spiele nicht selber ausdenken. Wir haben Anregungen bekommen. Da waren auch schon Urkunden dabei. Also das sind alles Aufwand, den wir neben dem Schulalltag gar nicht organisiert hätten können. Und dass Kinder näher daran gebracht werden, wieder Sport zu machen. Wir haben zum Beispiel in der Woche nur zwei Stunden Sport. Deswegen finde ich diesen Wettbewerb auch so cool, weil wir da halt mehr Sport machen, als wir in der Woche haben. Die Atmosphäre jetzt hier drin fand ich sehr angenehm. Die hatten total viel Spaß, weil sie diese Standardsportarten wie Turnen, Volleyball, Fußball vielleicht nicht so gut hinbekommen und hier einfach auch noch andere Dinge sehr gut zeigen konnten und auch aufgeblüht sind. Ja, es macht Spaß. Es ist cool. Es ist halt schön.